Musik 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 Ja, servus Leute und herzlich willkommen zum Dienstagsvlog oder besser gesagt zu der Fortsetzung vom Freitagsvlog Ja, wir haben Freitagnachmittag ähm Mit den Heuwenden sind wir fertig, der Heuwende ist schon aufgeräumt Kramer steht daheim Vom Wenden selber habe ich keine Videos weil das hat alles mein Vater gemacht da war ich gar nicht drüber aber vom Schwaden und vom Pressen dürfte jetzt nochmal was kommen Schwaden hängt hier hinter und ja, ist mittlerweile Mittwoch gemäht Freitag einfahren geht ruckzuck die Temperatur passt heute ist es nicht ganz so drückend warm aber warm ist es trotzdem auf jeden Fall, wir tun jetzt was und ja, ich bin nicht der Einzige der sein Heu einfährt da drüben ist ein großer JCB mit einer, ich glaube McHale Ballenpresse und in der Ballenpresse kann der immer zwei Ballen auf einmal ablegen irgendwie so wie das ausschaut zumindest auf der einen Wiese schaut das so aus keine Ahnung, ich kann mich auch täuschen ne, der legt immer bloß einer ab eigenartig ist der hat gerade seinen Ballen ausgeschmissen keine Ahnung doch, der kann immer zwei aha, bin ich doch nicht so verkehrt also der kann immer einen lagern und kann dann alle zwei ablegen ha, hab ich doch recht ha, hab ich doch recht gut, wir fangen jetzt an wir wollen ja schließlich auch irgendwann fertig werden und ich wünsche euch einfach mal viel Spaß und wir wollen das los 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 Der Schwad hängt übrigens auf der langsamen Zapfwelle, also nicht, dass sich einer wundert. Der Grund ist einfach, hier mit der Hanglage, habe ich mir gedacht, besser ist es. Bodenunebenheiten und und und. Bodenbekäppung. Baby palavrasade. ucek vuek...? Warum Pine entstehtโ adults? Mitinyıld 내용? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, hier an der Ecke, das funktioniert so schlecht, weil es vielleicht abgeht. Na ja, voll fliegen. 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 Oh Mann, ich musste in der Zwischenzeit immer heim. Was kaputt am Rahmen habe ich wieder geschweißt. Ähm, da vorne dran, quasi wo der Stützfuß ist, da war der gebrochen. Da sieht man jetzt eine neue Schweißnaht. Ja, musste ich vor den Abbrecher heimfahren. Jetzt bin ich gerade wieder rein. Und ja, wieder ein wenig weitergemacht. Den Hang habe ich jetzt größtenteils schon rausgezogen. Mann, 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 also wenn der Tank voll wäre, wäre mir ehrlich gesagt fast ein wenig lieber, dann hätte ich nicht so das Gefühl, der kippt mir gleich um. Andererseits, wenn der Tank so leer ist, ich weiß auch nicht, wie es besser ist, aber , blbblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl. Ne, ich bezahle für diese Scheiß. Gut, ziehen wir es jetzt gerade zusammen und dann pressen wir wir es heute nicht mehr. Es ist mittlerweile 3 viertel 7. Scheiße, es ist sehr spät vorab durch den Schweißen. Aber wie es immer ist, irgendwas ist immer. Ja, echt, echt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da gibt es mit Sicherheit jetzt einige Leute, die sagen, der Haufen Dreck drin, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber was will ich machen? So an sich schaut es nicht schlecht aus. Ja, der Boden ist trocken. Ja, der Boden ist trocken. Da wird es jetzt mit Sicherheit den ein oder anderen geben, der sagt, Fui Teifel, bei dem auf dem Dreck, aber was willst du machen? Den Schwarte anders einstellen kannst du nicht. Diese Hanglage hier, diese Hanglage hier, ist alles so schräg und die Unebenheiten dann in den Mercedes, wie der Bulldog springt. Wenn du nicht optimal auf dem Hang einstellen kann. Wenn du nicht optimal auf dem Hang einstellst, passt der hier oben in der Ebene nicht. Und wenn du auf dem Hang einstellst, passt der hier oben in der Ebene nicht. Kannst du machen, wie du willst, du musst den Mittelweg finden, dass beides einigermaßen funktioniert. Auch wenn er zwischendurch immer mal aufsetzt, was ich natürlich nicht schön finde. Aber irgendwas muss der ja machen, Mann. Ist halt einfach so. Wie gesagt, nicht schön, aber selten. Und ich sage es mal so, das ist Heu, was ich geschenkt kriege im Endeffekt. Das ist eine Wiese, die habe ich und ja, die ist scheiße zu bewirtschaften, weil es halt Hanglage hat. Und das ist vielleicht jetzt nicht qualitativ das beste Heu, wobei es da mit Sicherheit auch den ein oder anderen gibt. Und der sagt dann, qualitativ bestes Heu ist relativ. So, was ich da sehe, ist aber nicht schön. Ab wenn du in die Reifen hast, na dann gute Nacht. Vor allem, wenn ich mit der Presse rein will. Nein, nein, nein. Letztes Jahr war die Zufahrt auch ein wenig schöner. Tja. Ich sage ja, alles andere als optimal. Mal. Nee undlich. Ganz schnell. So eine Wiese da wäre optimal, den spart er sauber einstellt, dann nimmt er keinen Dreck auf die Meter, der wunderbar, dann nimmt er alles auf, oder so, ja, Wunschdenken, das wäre herrlich, aber ich mühe mich mit solchen Anlagen ab, naja, so ist das halt, ja jetzt habe ich mich doch umentschieden, ich werde jetzt trotzdem gleich noch abends pressen, morgen ist bei unserem Abwiesenfest und ich habe keine Lust dann mit der Presse da oben durchzufahren, wenn die Straßen alle verstopft sind und wenn die ihren Umzug machen, deswegen presse ich heute noch und wohl morgen dann bloß die Ballenheimen, die wenn über Nacht liegen bleiben, das ist nicht schlimm, ich denke, viel Feuchtigkeit werden sie nicht sehen, weil es ist sau warm und so viel kühlt es jetzt nicht ab und wenn, dann lasse ich sie bis morgen Mittag oder Nachmittag liegen kann ich sie auch noch holen, das ist auch kein Problem, dann dampfen sie ein wenig aus, aber das sollte gehen, ja, die Presse ist auf jeden Fall in der IHC und jetzt fällt mir ein, ich muss die Riemenspannung noch schnell geben. Ich muss die Riemenspannung noch ein wenig gewaltig, denn sie wird aus, wo geht es auf jeden Fall in der IHC-JR-13? any. Vielen Dank. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Ja, die Ballen sind gebunden. Vielen Dank. Aber, naja, wird schon passen. Ich meine, das Zeug ist halt wieder, das Zeug ist recht trocken und, ja, wenn es recht trocken ist, dann ist es so luftig, dann kriegst du es nicht gescheit komprimiert. Aber, aber, wird schon funktionieren. Ja, wie viele, ja, wie viele иск ist es schon in ordnung wir machen jetzt die presse noch für straßenfahrt fertig ich habe die gelenkwelle schon wieder abgebaut die nehme ich zur straßenfahrt nicht mehr runter liegt jetzt da drin ich habe das pick up seil dann aufgehängt wird dies auch ganz oben ja und jetzt brauchen wir das wichtigste equipment bei der ap 12 oder daher mal was mit unter bei nicht hydraulisch schwenkbaren pressen wichtig ist jetzt lachen wir ein oder anderen man kann das mit muskelkraft machen aber ich bin ja von haus aus faul dafür ein plaster stein ja und das rad von der presse muss eingeklappt werden und man will sich ja so einfach wie möglich machen holz raus dann können wir da liegen lassen ein verkehrer und das ist man mal zurück dann klappt so hängen den bolzen wieder ein und auf einem weg werden wir schnell noch kranken ich bin da ein wenig an sprit vertragen der IHC und dann feierabend da muss man noch zu der Kieche und dann ist feierabend aus wenn man sich mal anschaut Das war's. So, das Wochenende ist rum. Samstagmorgen hat der Vater das Heu noch heimgefahren. Da war er mit dem IHC und mit dem Kipper schnell drin und hat die Ballen aufgeladen. Ja, und hat sie heimgefahren. Hat sie hier vom Hänger aus entladen. Ja, ich bin da rauf. Ich hab dann oben die Ballen gleich aufgeschlechtet. Waren ja nur die 51 Stück. Ist ja recht schnell gegangen. Ja, und damit ist die Heuernte 2019 schon wieder durch. Was jetzt da noch nachkommen könnte, mit Glück, ist krummet. Aber Heu ist definitiv fertig. Tja, was ist ansonsten noch passiert? Hm, mich ist am Sonntag irgendwie nicht. Samstagabend war das, ist es mir jetzt überkommen. Ich könnte vielleicht doch einmal endlich meinen Kühler und meine Batterieabdeckung vom Ka15 richten. Ähm, ging mir jetzt gehörig auf den Sack. Das Zeug liegt alles rum und ist alles provisorisch hier. Und der Kühler, naja, jetzt ist er dicht gewesen, aber trotzdem nicht so toll. Ich weiß auch nicht. Ich wollte halt einfach wieder einen richtigen, gescheiten Kühler haben. Der andere war jetzt dicht. Da hat er auch nichts mehr gesagt oder was. Aber mir ist das einfach auf den Senkel gegangen. Hab mir gedacht, nee. Jetzt kommt noch der neue Kühler. Dann ist am Ka15 nochmal soweit bis aufs Mähwerk fertig. Und, ja, ich hab am Samstagabend grundiert gehabt die Teile. Und den Kühler haben wir gelötet gehabt. Das hat der Pfarrer gemacht. So, und jetzt sind sie fertig lackiert. Das hab ich gestern Abend gemacht. Sonntagabend, richtig. Und, Batterieabdeckung. Original Ka15. Und der neue Kühler, na gut, von dem sieht man jetzt nicht zu viel. Der ist ja unter der Haube. Auf jeden Fall. Fertig lackiert und verbaut. Und, ja, ich glaub, soweit dicht, soweit gut. Das ist das Wichtigste. Ja, das sieht man, wie gesagt, jetzt nicht viel. Der ist ja gut versteckt. Ich hab ihn jetzt gerade einmal warm gefahren, um zu schauen, ob irgendwo was kommt. Aber soweit ist dicht. Also sollte theoretisch eigentlich alles passen. Ja. Jetzt ist, wie gesagt, bis auf den Mähbalken und die Mähwerksaufhängung, die halt nachkommt, der Ka15 wirklich einmal richtig fertig. So, ich mein, zum Lackierbild, was ich jetzt da gemacht hab, da kann ich nur sagen, naja, das könnte schöner sein, das ist, naja, ich bin nicht so der gute Lackierer, das gestehe ich, ja, aber immerhin ist es, ja, grün geworden und es ist glänzend geworden, also, so viel verkehrter wird dann doch wieder nicht gemacht. Könnte natürlich noch schöner sein, und da sehe ich gerade, da könnte noch ein bisschen Farbe drauf, da ist es ein bisschen dünn gewesen. Ja, da, da guckt noch ein bisschen Weißgrundierung durch. Da muss ich nochmal ran. Mhh, böse, das geht doch nicht. So. Verrutschen tut das Ganze normal auch nicht. Alles bombenfest. Puh. Ich finde, es schaut auf alle Fälle noch besser aus, als die Siebdruckplatte vorher. Gut, der ein oder andere würde jetzt sagen, muss der Blechteckel nicht weiter runter, muss der nicht über der Batterie drüber sitzen. Kann man machen. Man könnte den Blechteckel quasi über die Batterie drüber setzen, aber ich habe hier original einen Styrophonklotz mitgekriegt, der da drin war. Und ich werde den nicht tiefer setzen, weil die Gefahr ist mir zu groß, dass die Pole bzw. die Polstecker dann an den Blechteckel nachkommen. Dann könnte es nämlich nochmal gescheit funken. Das hatte ich nochmal beim K15. Da bin ich an die Motorhaube gekommen. Das hat nochmal gespratzelt gehabt. Waren sind 74 Amp auf der Batterie. Das tut auch mal einen schnellen Schlauch. Ne, das bleibt einfach so. Auf alle Fälle ist es besser wie die Siebdruckplatte, finde ich. Ja, unten drunter habe ich jetzt noch so eine Rutschmatte gemacht, dass das Ganze nicht hin und her eiert. Das Styrophon hält oben den Deckel, dass das nicht eiert. Am Deckel habe ich oben über das Band auch ein wenig an. Also eine Rutschmatte gemacht, die ich damals von meinem Schweißer gekriegt habe. Sieht man vielleicht da ein wenig. Ja, für Mainstick tut es so weit, so gut. Wie gesagt, was da jetzt noch kommt, ist einmal das Mähwerk. Ja, dann müssen wir es haben. Aber ich bin müde. Tja, geht die Woche wieder früh los. 4.20 Uhr klingelt der Wecker. Ich muss das Video heute noch schneiden. Ist das, wenn es wieder zu spät wird? Das will ja nichts mit lange schlafen. Ja, ja, so ist es immer. Nun gut, so viel auf alle Fälle zum KA-15. Jetzt wisst ihr da auch Bescheid. Da ist wieder ein bisschen was passiert. Nicht die Welt, aber immerhin. Zumal was, was ja ewig liegt. Ich habe gesagt, bis zum Heu bin ich fertig. So indirekt, bis nach dem Heu bin ich fertig. Ja, auf alle Fälle, das ist gemacht. Und fast so weit. Ja, Leute. Damit wären wir dann jetzt endgültig am Ende vom Video. Haben wir es wieder mal durch. Ja, das ist auf alle Fälle der erste Schnitt gewesen. Also hier an dieser Stelle. Cut. Erster Schnitt fertig. Repo. Hat top funktioniert. Insgesamt haben wir 331 Ballen gehabt. Ja, hätte noch mehr sein dürfen. Vielleicht hätte es kurz, wenn ich noch später gemähte die anderen Wiesen. Meine Hoffnung ist, bis nächstes Jahr definitiv einen anderen Miststreuer herzubringen. Und egal was kommt, ich möchte schauen, dass ich dieses Jahr mal die Wiesen dann im Herbst mit Miststreu. Ich hoffe, dass das funktioniert. Dann werden wir sehen, bis nächstes Jahr ist. Ja, das Jahr hoffe ich jetzt darauf, dass es vielleicht einmal regnen täte. Aber irgendwie ist es recht trocken draußen. Das wird wohl eher nichts. Optimum wäre, noch einmal ein Krummet mähen können, dass wir noch einmal, ja, 280 Ballen zusammenbringen. Dass wir noch eine Getrage reinbringen und dass wir vielleicht bis in den Oktober rein dann noch schön bequem Grünfutter für die Pferden mähen können. Für die Schweine. Aber gut, das wird sich zeigen. Werde ich sehen. Entweder funktioniert es, oder es funktioniert nicht. Fürs Grün von der Mähen muss ja eh einmal noch der Balken fertig machen. Weil noch einmal mit dem Trommelmähwerk, das ist ein Riesenaufwand. Als Trommelmähwerk an den IHC und dann wieder aufräumen und dann mit dem Kramel an den Ladewagen. Das machen wir nicht noch einmal. Fühlt sich doof? Nö, da bin ich auf alle Fälle dafür, dass wir das dann mit dem Balken machen. Und nein, du hupfst jetzt nicht auf mich hinauf. Die Katzwolle wird jetzt auf mich hinaupupfen. Manchmal hat es auch ein wenig an der Waffel. Der Fleck. Ja, sag ja. Ja. Der Hund hat auch noch an der Waffel. Nun gut, ich mache jetzt auf alle Fälle Feierabend. Ich tue jetzt das Video noch schneiden und genehmige mir zum Feierabend quasi dann heute noch ein Lager. Mönchshoflager kommt aus Kulmbach. Keine Werbung an dieser Stelle. Konnte ich ja selber kaufen. Ich habe es mir auch gekauft. Ich sponsere hier nichts und ich mache keine Werbung hier dafür. Aber ich freue mich jetzt auf ein Feierabendbier. Soll an dieser Stelle natürlich keine Anregung an Minderjährige sein, Alkohol zu trinken. Aber Alkohol in Maßen soll ja durchaus gesund sein. Hat es einmal eine Studie gegeben. Und wenn man weiß, was man trinken kann, dann ist es ja kein Problem. Und wenn man das Alte hat, dass man es trinken darf. So. Sagen wir das lieber dazu. Nun gut. In diesem Sinne. Ich wünsche euch jetzt auf alle Fälle eine schöne Woche. Und ja. Wir sehen uns am Freitag wieder. Da wird natürlich wieder nicht so viel passieren bis Freitag, weil Kramer ist jetzt fertig. Und Hohi ist fertig. Und ja. Die größten Arbeiten sind durch. Dreschengeder stehen circa zwei, drei Wochen los. Das ist noch recht grün. Also ja. Die Stängel haben noch ein bisschen grüner Antein. Das wird noch dauern. Die ersten fangen jetzt mit der Gerste, mit der Wintergerste an. Sommergerste braucht auf jeden Fall auch noch, was ich gesehen habe. Drei, vier Wochen. Wenn du dich so umguckst. Der Sommerweizen braucht auch noch. Und der Winterweizen. Ja. Unere, wie gesagt, ist noch nicht ganz. Ist vom Auflaufen her. Ja. Die Trockenheit letztes Jahr. Aber es hat funktioniert. Ja. Beschweren will ich mich nicht. Er steht ganz gut da. Mit ein bisschen Unkraut drin. Nein, ich war noch nicht in die Distel. Aber so weit, so gut. So. Und jetzt machen wir aber wirklich Feierabend. Weil sonst das Radschichtale wird ja noch eine Stunde lang. Und das wollen wir nicht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum Freitag. Servus.